Der Start in die Saison war wirklich miese, Nullpunkte, Schlappen, Pech, ne echte Krise. Experten fühlten sich ganz schnell bestätigt, Absteiger Nummer 1. Doch unser Weg ist hier noch nicht vorbei. Wir Fans hauen alles raus, die Jungs bleiben dran, denn ein Heim-Sieg in Bo rumjagt den anderen. Dann wir wissen, was wir hier zusammen können, daran wird kein Misserfolg was ändern, Bo rum ist bereit. Für Abstiegskampf und voller Leidenschaft als Gemeinschaft spielen wir zu zwölf und holen den Derby-Sieg. Wir sind heiß auf Schalke 04 Wir sind heiß auf Schalke 04 4 Untertitelung des ZDF, 2020